und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge oder eine neue ausgabe des flys 2020 adventskalenders und heute machen wir weiter und zwar losen wir tag nummer fünf aus diesmal kann ich den gewinn auch per post verschicken also hoffentlich und ja das machen wir auch und heute gibt es zu gewinnen dafür müssen wir mal like auf video da lassen kanal abonnieren und euren scharnamen von ektrosi ganz wichtig richtig in die kommentare schreiben heute gibt es zu gewinnen zweimal einen demoll plus 12 immer noch ein ziemlich gutes item vor allem wenn man noch keinen schmuck hat oder für ein zweitcharakter immer gut zu gebrauchen eigentlich und ja zweimal demoll plus 12 heute und jetzt losen wir tag nummer fünf aus und das war eben der video plus 18 dafür jumpen wir hier wieder hin kommentare sind geladen heute ein paar mehr wie ob das 18 war interessanter und let's go und wir haben einen gewinner und zwar ist das toga mit hinata und da ist auch ein akzent auf dem i hoffe ich mal dass das passt sowas ist auch ganz wichtig genau dann brauche ich wieder mein text zack gewinn und das war tag fünf war der video plus 18 genau ach so na moment mal 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 dass die bot den teil brauchen wir nicht genau passt wie auf jeden fall noch mal danke fürs mitmachen danke euch ein fürs mitmachen auch bei diesem bei diesem tag und viel glück an alle und wir sehen uns morgen wieder bis dahin macht zu kurz rein danke fürs einschalten und ciao ciao